Willkommen zurück bei Dead Space gerade ich mir eine Gipskette Giftkapsel besorgt will nicht Gipskapsel das wäre reichlich sinnlos jedenfalls war es nicht Giftkapsel die ich mir besorgt habe und Prozent der schon wieder der Nerv Dr. James Mercer Ah so heißt der Krattler stirbt Mercer Diese Exemplare werden mit mir zur Erde zurück Ich kriege irgendwie Angst Deine Mutter Oh oh Und jetzt let's go Reiner mit uns Reiner, Reiner, Reiner Und Wah Das Ding ist wieder reingefolgt He 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 So Patient Das war's dann für dich Ja Pech gehabt Let's just hope that the last we see that thing I've managed to override Mercer's lockdown There's a secondary tram station nearby and you can take it to Hydroponics Let's just hope there's enough time Da gibt es immer noch mehr von diesen Grattlern Oh oh Kann man zum Glück auch so töten Dem muss man nicht unbedingt die Gliedmaße abschneiden Also Gliedmaße ihre komischen Tentakel Hab ich hier noch irgendwas übersehen? Würde ich mich vielleicht selbst einfrieren? Nö Das wäre sinnlos Aber trotzdem Eine Überlegung wäre es wert? Ne So krank bin ich auch nicht Gut Eine andere Richtung war das hier, stimmt Ich gehe da nur Ich habe vielleicht manchmal das Gefühl, dass wäre ich ein wenig Richtung zufeder Ich drücke lieber nochmal Ich bin zu sichert habe auf den Knopf B Weil die es ja ohnehin schon so praktisch gemacht haben Bevor ich da irgendwo falsch renne So Nachzuladen Ne Oh, da sind wir schon Das ging ja schnell Credits Okay Das ist mal wieder ein kurzes Video Und wir sehen uns Vermutlich gleich mal in Kapitel 6 Das heißt Zuerst nochmal speichern Kapitel 5 abgeschlossen Tödliche Hingabe war es diesem Mal Der nächste Name wird sicher auch wieder Lustig Ne, hier Das nächste Kapitel heißt Gefahr für die Umwelt Bis dann